Hey Leute, was ist der Bullich und willkommen hier zu einem weiteren Faction United DFB-Pokal-Orakel auf meinem Kanal. Was ist das für eine geile Partie? Ihr wisst, wer heute gegeneinander spielt. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Rose gegen seinen neuen Verein. Die Gladbacher, ja es sah alles danach aus, als würden sie am Wochenende drei Big Points mitnehmen gegen RB Leipzig. Aber dann hat RB Leipzig am Ende die Partie noch gedreht. Also die Gladbacher, glaube ich, die werden jetzt leider immer weiter runterfallen. Und ich gehe auch davon aus, dass am Ende der Saison Marco Rose nicht mehr der Trainer sein wird. Ich glaube, keine Ahnung, wenn das jetzt noch fünf, sechs Spieltage weiter so geht, wird es glaube ich einen neuen Trainer geben. Ist nur meine Vermutung, keine Ahnung, ob es so sein wird. Ähm, ja, ich finde Marco Rose ist ein geiler Trainer, aber wie das so, ja, stattgefunden hat, sage ich mal, zu Dortmund zu wechseln, ist halt schon ein bisschen, ja, das ist natürlich das Fußballgeschäft, das gehört dazu, ist aber schon ein bisschen unglücklich aus meiner Sicht gelaufen. Vier Päckchen sind am Start, um das Ganze zu orakeln. Sollte es nach diesen vier Päckchen unentschieden stehen, wissen wir, diese Partie geht in die Verlängerung. Ich habe auf jeden Fall mega, mega Bock drauf. Morgen haben wir auch noch eine geile Partie am Start. Äh, Leipzig gegen Wolfsburg, das Duell der ersten Ligisten, sage ich mal. Und genau, heute Gladbach, Dortmund, morgen Leipzig, Dortmund, äh, Leipzig, Leipzig, Wolfsburg. Und ich kann euch schon mal jetzt vorweg sagen, es wird demnächst ein neues Turnier starten. Ihr könnt schon mal gern raten, welches Turnier, aber ich sage schon mal, es wird ein Turnier starten auf meinem Kanal. Da habt ihr Bock drauf, da habe ich Bock drauf und wir gehen jetzt aber erstmal rein in die Partie Gladbach gegen Dortmund. Gladbach gegen Dortmund, mein Tipp ist, Dortmund gewinnt. Dortmund kommt weiter, ist meine Vermutung. Was sagt ihr? Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Und Samstag, ihr wisst, wer Samstag gegeneinander spielt. Bayern gegen Dortmund, das deutsche El Clásico. So, wir gehen rein. Und wir gehen rein und starten mit dem Online-Code, der ist für euch. Und starten mit Willi Orban. Willi Orban mit, ja, keinem Türchen. Ivan Endika, Eggelstein, Fajic und Marco Richter von Augsburg. Ja, erstes Pack, kein Tor. Erstes Pack, kein Türchen. Weiter geht's mit Hack Nr. 2 und dem Online-Code wieder für euch. Und wir starten mit Karim Belarabi. Dann haben wir Jordan, Torunariga, Tichos, Zimmermann und Davy Klaassen, Dauerbrenner. 45 Minuten sind gespielt. Gladbach 0, Dortmund 0. Wir gehen rein in Halbzeit Nr. 2. Halbzeit Nr. 2. So, da gibt es hier eine Entscheidung. Das ist die Frage. Online-Code. Dann haben wir Tolisso, Kaderabek, Trimmel, Pfeiffer und Nils Petersen. Letztes Pack, letztes Pack. Hat hier keiner Lust, in diesem Jahr DFB-Vokalsieger zu werden. Die Bayern sind nicht dabei, die Bayern sind nicht dabei. Roman Böki, bitter. Roman Böki, ganz bitter. Es ist nicht das 0-1. Es ist nicht das 0-1. Und es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Roman Böki kann jetzt auch raus im Spiel. 0 zu 0. Wir sehen keine Tore hier. Wir sehen keine Tore. Also das ist immer, ich finde immer, wenn ich die Videos bearbeite, ich fühle immer so richtig mit bei den Torübenden. Und heute haben wir keine Torübenden gehört. Heute haben wir keine Torübenden gehört. Leute, ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.